Nein, das sind andere Kameras. Das sind, äh, Dokumentarkameras. Sie sind anders. Sie könnten körnig sein. Du kannst sie kaputt machen. Ja, siehst du, da ist kein, äh, man kann auf sie schießen und so. Ja, man kann auf sie schießen. Die Leute sind es gewohnt, sie fallen zu lassen und so. Das sieht für Dokumentarfilme besser aus. Etwa so. Da ist es. Oh, 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 die Dinge laufen nicht gut. Das ist immer gut für Dokumentarfilme. Oh, wie, es scheint, als ob sich die Menge um uns herum bewegt. Das ist immer gut für Dokumentarfilme oder für Tiersendungen wie diese. Oh, so sieht es hier hinten aus. Wir hängen nur rum, angeln. Ja, ich bin nur die Crew. Äh, wir reiben uns hier hinten nur die Ellbogen. Tut mir leid. Wir sind, wir sind Teamster-Ersatzleute. Wir sind Stellvertreter für die Teamster. Wir sind Teil dieser ganzen Sache, des Programms hier. Das ist es. Praktikanten. Wie sieht's aus? Was zum Teufel ist los? Das Ding ist nicht eingestellt. Nein, wir müssen, oh Gott. Wir hatten gerade ein persönliches Gespräch über das Leben, wie wir das kennen. Es ist nicht so wie das hier, das wissen wir. Magst du das? Mein Nebenbei-Bericht. Gefällt der dir? Tut mir leid, Accessoires sind wichtig. Ich denke, das sind sie. Ich glaube sehr sogar. Vor allem bei Jägern. Das weiß ich. Man weiß nie, wann sich ein Tier auf einen stürzt. Und man weiß nicht, ob es zum Mantel passt. Das war's. Oder ob es eins wird.